Wir gestern waren beim Essen, da wo kein Alkohol ist. Normal muss man da hin. Die bringt Fleisch immer in Stücke, so wollte ich jetzt. Ja Osmanabe, schlafen im Heirtenhotel, reichen nur 2000 Euro und essen Sucuk. Für 3 Lire. Irgendwo muss man sparen, alles auf einmal geht nicht. Und Bruder isst mit goldenen Tespik. Ja man, guck mal. Und gehen jetzt rasieren für 60 Lire. Und der arme Laf, die muss nicht die Rechnung übernehmen für 20 Lire.